Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Season. Season 1 steht vor der Tür und heute geht es darum, was ihr vorbereiten könnt, damit ihr den perfekten Start in Season 1 habt. Natürlich, vorausgesetzt natürlich, dass ihr alle nahe fahren habt, alle Waffen habt, vielleicht euren Meisterschaftsrang 20 geschafft habt. Diese ganzen Sachen, darum geht es heute nicht. Es geht heute eher darum, dass ihr in Season 1 so schnell wie möglich oder zumindest mal ohne Probleme die nahe fahren, die reinkommen und auch die Waffen, die reinkommen, sofort bauen könnt. Da gibt es nämlich zwei, drei Sachen, auf die es ankommt. Vorab schon mal, alle Profis unter euch, ihr werdet hier natürlich nichts Neues erfahren. Das ist eher für die Leute, die vielleicht noch nicht komplett durch sind mit dem Spiel und noch nicht so lange dabei sind, aber trotzdem schon für Season 1 einiges vorbereiten wollen. Also, vor ein paar Wochen gab es ja schon ein Update mit Luna und Ultimate Valve, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Und da war es auch schon so, dass wir einige Sachen vorbereiten konnten. Habe ich mehr oder weniger gemacht. Zum Beispiel bei Ultimate Valve Valve wusste man, ey, es gibt für drei Teile, den Stabi, die Nanoröhre und so weiter, hier ein Material, was man farmen kann und farmen muss. Man wusste natürlich vorher noch nicht, welches man braucht. Deswegen hatte ich einfach mal auf alles gefarmt. Hitzeplasma-Akkus hatte ich, Leitmetallfolie hatte ich, Makromoleküle hatte ich. Also musste ich nicht vorher nochmal eine Farm geben, bevor ich dann Ultimate Valve starten konnte. Und das Ähnliche oder etwas Ähnliches könnt ihr jetzt auch machen. Ihr könnt einfach mal in euer Inventar schauen bei Verbrauchsgegenstände und dann hier auf Grundmaterialien gehen. Hier gibt es um die 30 Grundmaterialien, 31, wenn ich mich nicht täusche, die ihr vorbereiten könnt. Einmal natürlich die Akkus, die Energieüberreste, die Ionenteilchen, die Metallfolie und, und, und. Und so könnt ihr hier einmal durchgehen und überall schauen, dass ihr überall so um die 100 auf Lager habt. Dann könnt ihr einmal Haley und auch Ultimate Trainer oder auch die neuen Waffen sofort bauen, sobald ihr das den Bauplan bekommen habt. Für den Stabi, für die Nanoröhre und, und, und. Ich werde euch jetzt natürlich nicht sagen, wo ihr alles am besten farmen könnt. Das würde das Video hier sprengen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die bestimmte Missionen haben, wo es einfacher ist und manche Sachen, wo es schwerer ist. Vielleicht mache ich dazu nochmal in der Zukunft was, wo ich wirklich sage, wo ihr jedes einzelne Teil bei welcher Mission am besten farmen könnt. Aber ihr könnt auch einfach hier drauf Viereck drücken und dann euch anschauen, wo es das überall gibt. Zum Beispiel das spezielle Biomaterial ist relativ easy, weil ihr das bei so einem leeren Fusionsreaktor farmen könnt. Und den könnt ihr immer und immer wieder zünden und sofort den Boss besiegen und kriegt sofort Material dabei raus. Genau deswegen solltet ihr auch schauen, dass ihr Splitter, organisch, anorganisch, Monomer, Polymer Splitter auf der Tasche habt. Um dann solche Türme auch starten zu können, falls ihr einen Teil von den neuen Charakteren oder der neuen Waffen euch eine Infiltration euch holt. Deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr auch genug Splitter habt. Das seht ihr einmal hier. Ich habe zum Beispiel jetzt hier gerade 7000 Monomer, anorganisch, organisch und Polymer habe ich aktuell nicht so viele. Und die vier kann ich auf jeden Fall einmal sagen, wo es hier am besten zu farmen geht. Am besten natürlich immer mit Bunny. Mit Bunny geht es sowieso meistens am schnellsten. Da haben wir einmal in Festung, ich gehe mich auch mal auf schwer, den Elektro-Turm. Dort kriegt ihr einmal 17 Monomer-Leeren Splitter und 6 anorganisch. Da habt ihr den besten Farmspot für Monomer und auch den besten Farmspot für anorganisch. Deswegen, wenn ihr das beides noch nicht habt, solltet ihr hier auf jeden Fall so 100 Mal diesen Turm machen. Damit einhergehen könnt ihr natürlich auch schön Waffen leveln. Also auf jeden Fall hier mal eine Stunde einschließen und diesen Turm machen mit Bunny. Für Bunny gibt es noch zwei Turmen, die sehr gut sind. Beide in der Wüste. Einmal hier rechts für organisch und hier links für Monomer bzw. Polymer. Das ist viel wichtiger. Polymer, falls ihr kein Divieser habt oder keine Möglichkeit, ein Divieser zu bekommen bis Donnerstag, ist das der beste Spot für Polymer. Weil Polymer, wenn ihr eine Divieser habt, Vieser habt, könnt ihr in der Festung holen bei einem Turm. Hier dieser Eisturm ist der beste Spot für Polymer. Dort bekommt ihr mit einem, hallo? Mit einem Turm 19 Polymer. Allerdings halt ein Eisturm. Müsst ihr selber schauen, wenn ihr eine Divieser habt, dann auf jeden Fall den Eisturm machen. Wenn nicht, dann den anderen Spot in der Wüste. Dann ist natürlich auch noch ganz wichtig für die neuen Waffen und für die neuen Charakter Energieaktivatoren bzw. Kristallkatalysatoren zu bekommen. Kristallkatalysator ist relativ easy zu farmen. Alle geraden Morphe lassen einen Kristallkatalysator fallen bzw. auf normal die ungeraden. Und bei dem Energieaktivator ist es genau andersrum. Dort sind es die ungeraden auf schwer und auf normal die geraden. Also wenn ihr einen Energieaktivator farmen wollt, würde ich euch raten, macht irgendwo eine Infiltration und versucht dort durch die, auf schwer natürlich, eine ungerade Zahl zu bekommen. Und geht mit dieser ungeraden Zahl dann hier hin und versucht dort mit der 6% Chance die Energieaktivator zu bekommen. Das ist natürlich sehr viel seltener. Kristallkatalysator, die allermeisten werden da wahrscheinlich schon einige haben, aber wer es noch nicht hat, wie gesagt, die geraden, wenn ihr auf normal spielt, habt ihr nur eine 15% Chance. Habt aber dort den Vorteil, dass ihr immer eine doppelte Chance auf einen Morph habt. Hier zum Beispiel, einfach als Beispiel, Berggipfel in Schlucht der Weißen Nächte. Da kriegt ihr einmal eine 20% Chance für Morph beim normalen Zerstören und einmal bei der Infiltration nochmal eine 20% Chance. Vielleicht als kleine Erklärung, wieso da 5 bis 20 steht. 20% Chance habt ihr, wenn ihr alle Türme kaputt macht, während ihr unsichtbar seid mit Sharon. Schaut dafür am besten nochmal mein Infiltrationsvideo rein. Dort erkläre ich alles weitere. Und der Vorteil ist natürlich, auf normal ist der Boss nochmal einfacher als auf schwer. Müsst ihr da ein bisschen selber schauen, was für euch am besten passt. Ob die 15% Chance, die 20% Chance, die doppelte Chance mit dem, mit der Morphen. Aber wie gesagt, Kristallkatalysator ist glaube ich nicht so das Problem, sondern eher der Energieaktivator. Dann natürlich für die neuen Waffen genug Optimierungssperren auf Lager haben. Die sind ja relativ teuer und dauern auch sehr lange. Bedeutet, wer da aktuell auf Null ist, sollte auf jeden Fall ein bisschen vorsorgen, damit ihr dann die neuen Waffen auch richtig nachjustieren könnt. Da braucht ihr ja relativ viele Steuerachsen. Ich glaube ich bin aktuell bei 700, habe da also schon ein paar Millionen drin verbraten. Hier wenn ihr die Spezialverkehr, wenn ihr die Waffe nachjustieren wollt, dann kostet das hier Steuerungsachsen, Optimierungssperren. Und da solltet ihr auf jeden Fall einige auf Tasche haben. Das kostet natürlich sehr viel Gold. 200 Optimierungssperren kosten 3 Millionen Gold. 3 Millionen. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall verraten, sammelt auch einiges an Gold. Ich bin jetzt hier gerade bei 55 Millionen. Der aktuell meiner Meinung nach beste Spot für Gold. Da gibt es natürlich ganz viele, viele Spots. Checkt dafür nochmal mein Farm Video ab. Da gibt es richtig, richtig viele Spots. Egal ob es Kulpermine ist, ob es Viby Run ist, ob es irgendwelche anderen Missionen ist. Die tun sich alle nicht so viel. Bei mir aktuell ist es so, dass es eine Mission gibt, die ich sehr gerne mache. Das ist in der Wüste dieser Außenposten. Dort kann man ebenfalls mit Viby ganz außen entlang surfen. Und kriegt genauso viel Gold und Kulper wie bei dem Außenposten in der Festung mit dem Viby Run. Aber ich weiß nicht, irgendwie gefällt der mir aktuell ein wenig mehr. Und das letzte, was ihr schon machen könnt, ist einen Reaktor-Farm. Der Reaktor, der ändert sich ja jede Woche, wie ihr den farmen könnt. Und da würde ich auf jeden Fall schon mal schauen, welchen Reaktor ihr da haben wollt. Gerade für Freyna. Bei Freyna wisst ihr ja schon, ihr wollt auf jeden Fall einen Gift-Reaktor haben. Und dann könnt ihr ja schauen, welche Waffe ihr schon spielen wollt. Vielleicht Verlorene, Hoffnung mit der Standard-Munition oder Python. Und dann könnt ihr hier einmal schauen, was hat Freyna für Attacken und was wollt ihr eventuell spielen. Das ändert sich ja zur Ultimate-Trainer nicht. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich gehe auf die Ultimate-Attacke. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Bild. Da wird auch in Zukunft was von mir kommen. Wenn ihr das nicht verfassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Das wäre hier Gift und Tech. Dazu vielleicht Python oder Verlorene Hoffnung. Und dann heißt das hier Gift, Standard-Munition und Tech. Dann könnt ihr einfach auf die Karte gehen und einmal schauen, wo es diesen Reaktor vielleicht diese Woche schon gibt. Und dort auch schon ein wenig vorarbeiten. Gift, Standard-Munition und Tech gibt es zum Beispiel gerade im Mondlichtsee. Und hier könntet ihr dann zum Beispiel einfach die Infiltration machen. Hier oben und dort versuchen ganz viele Jäger zu besiegen. Oder die einzelnen Missionen. Und das könnte man schon vormachen, um sich einen Reaktor für Freiner zu holen, wenn ihr denn die Tech-Attacke spielen wollt. Wo wir gerade bei Freiner sind. Freiner kriegt ja zwei neue rote Module. Aber ihr könntet natürlich auch schauen, ey, was hat Freiner denn jetzt schon für rote Module. Und euch diese besorgen. Wenn ihr jetzt sagt, ey, ich will das hier unbedingt spielen, auch auf Ultimate-Frainer. Dann schaut, dass ihr euch das rote Modul auf jeden Fall schon mal vorher holt. Oder zum Beispiel Ansteckung gibt es bei der Leichenbraut. Dann könnt ihr einfach hier zur Leichenbraut gehen, die ein paar Mal besiegen und euch das Modul schon vorher besorgen. Ich hoffe, ich habe das Allermeiste abgedeckt. Wenn euch noch was Cooles einfällt, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mal ein Follow da lasst und ein Like auf dem Video. Aktuell gucken über 80% von euch dieses Video und ihr seid kein Follower. Deswegen würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal einen Daumen nach oben gebt und ein Follow da lasst. Das ist komplett kostenlos und mega, mega nice Support. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der das da macht. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!